WOLTER WOLTER Laufen wir weg Hahahaha Ach, dat funktioniert Haben wir heute gesehen Zweimal Ah, ans Weiße Haus geh ich nochmal rein, das ist nice Oh, unser gutes altes Und jetzt hat jemand reingeguckt, oooh Baugebäude hier, ey Bleiben wir uns in so schönen Nagelhammer Was für ein Baugebäude Dieses Betongebäude, wo wir unsere Zelte immer hatten Das ist doch nicht mehr in der Nähe vom Gorka, das ist ein ganzes Stück weg Ach, so schnell! Zumindest bin ich gerade hier. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Ich hab nur gesagt, dass ich das Baugebäude sehe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Na ja, Kevin, du hast so ne gute Orientierung. Kevin ist bestimmt im Polana gewesen, weil da sind ja jetzt hier zum neuen hohen Gebäude. Das stimmt allerdings. Pascal, wo bist du verreist? Mitte. Vormarkt. Wolltest du jetzt echt noch zum R fährt? R! Aber du kannst doch nicht reden, dann kannst du dir grad keine Anweisung geben, so wie... Get down! Get down! Ich bin tot. Siehst du, ich komm gerade die Straße runter. Andere Straße. Rot, Kevin? Was? Nein. Doch nicht. Ich komm gerade gegen mein siebtes Zombie. Zack, 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 Junge! Zeiten, wo Kevin noch tausend Zombies mit IMG erschossen hat. Wir müssen hier noch Hardcore-Bukake starten. Okay. Wir müssen einfach so tun, als wenn wir Munition hätten. Wir müssen einfach richtig so krass aussehen, ne? Dass die Angst vor uns haben. Ja, siebter Zombie erledigt. Bin so geil. Ist geil, du musst die Waffe wegstecken. Jetzt bist du so scheiße langsam. Kökjung! Kökökö! 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 Was ist denn da von Bullshit labert? Das kann ich mir gar nicht mehr zusammen reimen. Das ist nicht Held, ne? Wat hält? Der Zombie mit der Gülle. Ohohohohohohohohohoho. Hast du Angst? Yes. Ich suche nach Munitionskartons. Cool, bei mir steht's im Boden drin. No problemo Passt Manche können es einfach, manche nicht Hier sind wir nun, Pascal Auf unseren letzten Wegen Ja, aber schon cool, wie schnell ich wieder ausgerüstet war Okay, hat eine Stunde gedauert, aber eine Stunde finde ich voll okay Kevin hat auch Spaß Na, der ist mal wieder hier, ne? Wo ist er denn heute jetzt mal wieder? Eresino Oder vielleicht doch Wibor Nee, ich bin jetzt hier Aber, bist gleich da, Benciano Keine Ahnung, wie das noch ist Tut mir leid, dass ich das nicht weiß Ja, aber das ist doch Weil die ja schwach sind Wir können uns niemals mit dir treffen Weil du niemals wissen wirst, wo du bist und wo du hin musst Vielleicht soll ich die Karte nochmal ausführlich studieren Ja, ich glaube auch Das hilft ziemlich weiter Vielleicht bin ich auch gleich da Und zwei Sekunden später Oh, hier ist das Betongebäude, wo wir immer waren Ich bin der Weg, wenn sie, ich bin das ja auch richtig Du hast einfach den Durchblick Einfach den Willen zum Grillen So sieht's aus Aber warte mal, man muss ja auch mal was essen und so, ne? Mach ich vielleicht mal Oh, mein Typ hat, glaube ich, ziemlich mal Hunger I'm Starving steht da Wie das Pepsi-Gauch immer dasselbe ist Na komm, ein Apfel kriegst du noch Das Feier des Tages Ein Körper noch Wenn der rohen Reis essen So wie's aussieht, macht der das gerade Oh komm, eine Mein Typ is das voll gerne Echt? Warum das denn? Also nicht Ist das genetische Veranlagung, möchtest du damit behaupten? Was ist? Ich? Nein Das war ne Frage So Einfach so ein Sturmangriff, sagst du? Ja Erstmal gelbe Kette Er warg Gelbe Kette Gelbe Kette Hier Brotekette Ah, ist nur das Connect Ja Renny, das heißt, hier sind gleich neue Sachen, ne? Ach, meins, der Stadt ist neu Ja 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 Wo ist der auch, ne? Und wer liebt den Fisch? Ja, find' er neue Sachen zu wollen Warte, wie ihm gleich einer abgeht, ey Dann geh mal raus Ich auch Oh 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 So hab ich das nicht gesagt Warum das denn nicht? Weißt du, da haben wir nur ein paar Unterschiede in der Spracherkennung Hey, wie komm ich denn jetzt wieder in den selben Server? Da musst du doch einfach nur Play Doh'n, oder nicht? Hm, du weißt, funktioniert das nicht Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Da bringt uns auch nichts, dass wir hier gerade auf dem Server waren Du kannst im Verlauf gucken Wo hab ich den denn? Was ist da? History? Okay Ist der letzte der auf dem wir waren? Welcher ist denn da dein letzter? Und der unterste Der unterste ist grad ziemlich leer Macht Sinn, ne? Ja Geh da mal rein Die Atombombe ist hier auch drauf Bäh, jetzt bin ich außerhalb des Airfields gespawnt Uncool Erstmal die Beine in die Hand nehmen und Pascal alles wegsnacken Wolltest du was sagen? Sprich dich aus Go, go, go Good done, good done Oh nein, war irgendwie nicht so klug außerhalb der Maulang zu laufen da steht ja gleich ein zombie vor der tür was ich blute ich steh mal auf dem bogen wo kommt die pittchen her nicht nicht großer rucksack nicht nicht ok welcher militärbarack bist du denn in der anderen anscheinend in welcher wir sind gar nicht auf dem gleichen server da bist du auf dem falschen weil ich bin auf dem da war alles zu und frisch alles zu und frisch obwohl da hinten ist auch noch eine militärbaracke richtung er fehlt also guck bei p mit players hoppa das ist kein alter server hoppa alter ich den epi pen auf der toilette erstmal mitnehmen ach ist irgendwie nicht so geiler loot wie ich hier erhofft hätte irgendwie egal was er viel sprinten das gute er viel fällt da ist ne m4 ne warte hin sprintest du rüber oh gott ich glaub ich hab grad mein munition verglitscht nein ich sprinte hier gerade nirgendswohin sprinte übers er fehlt nein wo ist meine munition hin warum achja bestes inventarsystem einfach grey tactical shirt immer noch cooler als den scheiß den ich hier an hab und der hoodie ist ja total lame bei der feuerwehrwache aha mein magazin ist wieder zurückgekehrt ne ist bei der feuerwehrwache ok die oberen baracken gibts aber auch noch ne die holzfälle axt killt aber auch mit einem schlag ne hast du nicht auch die große eigentlich töte die nicht mit einem schlag auch komisch komisch die nicht doch wenn Das war quer bis Erfield laufen, sagst du? Hab ich rückgemacht. Ich bin aufm Weg. Reintimiertig gibt es aber keine Waffe, die dir da groß gefährlich werden kann. Wenn du deine weitere rechenden Slalom Skills einsetzt. Wo bist du? In der Metawalker. Okay. Alles safe. Alles drin, was ich schon hab. Das war langweilig. Meiner war auch nicht so ergiebig. Ich hab ein Magaziner rausgenommen. Weichen. Alter, das war echt ein weiter Weg über das scheiß Erfield rüber, meine Fresse. Oh, bist du das? Bei der Feuerwehr bin ich. Okay. Bin gerade hinter dir langgelaufen. Warst du in dem grünen Haus hier drin? Nee. Das ist auch blöd. Alter, das ist immer voll die guten Sachen. Pils. Das ist auch blöd. Das ist auch blöd. Das ist auch blöd. M4. Rucksack. Ach, hier ist Mosin-Munition. Weiß. Die hab ich auch schon. Da kannst du ja mal eine Mosin holen. Die ist da hinten in den Baracken. Die ist da hinten in den Baracken. Komm, die müssen deine Dingens rein, ne? Oh, cool. Knapp. Alter. Was für Abfucker. Kam einfach mal so gechillt durch die Wand, ne? Hier sind noch zwei Feuerfighter-Exte drin. Und noch mehr Mosin-Kugeln. Also die Mosin ist in dem grünen Gebäude da hinten, ne? Nicht in der Baracke. Fangen, René. Was bist du? Daher der Dach. Da unten in der Leiter steht ein Zombie. Du möchtest doch nicht wirklich... Oh nein, du musst die Leiter benutzen. Hab ich schon. Auch runter? Ja. Au. Get down! Get down! Warum geht man da aufs Feuerwehrdach? Ich hab rausgeglitscht. Da ist doch keiner unten an der Leiter. Ach, da unten in der Feuerwehr auch. Da stand der drin. Ich stehe. Noch einer hinter dir. Alter! Wo ist der Abfucker jetzt wieder? Ich hab auch lieber so eine Feuer-Axt. Der Marinda. Ist einfach geil. Da geht's nicht rein. oben. 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 Das ist einfach schön. Da hinten, ne? Hast du gesehen? Hat viel weh mit deinen Augen? Du hast doch Tomaten auf den Augen. Kann ich jetzt eigentlich Dosen aufmachen? Mit der großen kann man auf jeden Fall Dosen aufmachen. Das hab ich selbst schon getan. Oh, da ist auch ne Gas-Moskel. Oh, da ist auch ne Gas-Moskel. Oh, you have opened the Cantadines, but you have dropped some when you were opening it. Ja, also man verliert ein bisschen. Hab ich auch schon gesagt. Verloren. Muss ich ihn holen, oder wat? Power nach Munition. Oder du kriegst nen kleinen Clip M4. Schön. Kann sich entscheiden. Kleinen Clip M4. Was die einfachere Lösung war. Und du hast nur den Sinn. Power. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht möchte ich erstmal Munition haben, aber nö. Ich hoffe, der war überhaupt voll. Muss ich erstmal gucken. Krass. Ja, aber gar nicht. Komm schon mal! Probierst du ihn? Ab ich mir. Mö Komm schon mal. Wir haben mich, in der ひasant.